3, 2, 1, 0 nicht altbekannte, aber mit der jetzigen Waffe dem Doppelglexer und die Farbe, die finde ich ja wirklich absolut toll, das ist orange, so gelblich orange, aber das ist, das gefällt mir richtig gut, die Farbe ja, und der Kampf geht auch schon los Revierkampf oh, wir spielen gegen Eistee und wir spielen gegen Splatoon 3 und die zwei anderen Namen sind von mir verdeckt ja, das macht ja nix so, wir sind blau und der die gegnerische Mannschaft ist orange, oh, das ist die Perlwood Akademie und die ist die, ja, das ist eine meiner Lieblings meiner Lieblings Maps wo man viel gekillt wird wo es viel zugeht auf dem Schützenfest aber ich glaube sie haben sie ein klein wenig abgeändert äh, diese Felsbrocken waren die schon immer da auch, die, den und oh, der Krampanzer funktioniert schon jawoll, jetzt jetzt geht's ab jetzt, der Krampanzer ist leider viel zu, viel zu kurz äh, geht, ist der im Einsatz was sie ja geändert haben ist, dass man die Bäume nicht mehr einfärben kann da bleibt keine Tinte mehr haften äh, das war manchmal ganz lustig dann, wenn die Tinte noch im Nachhinein runtergetropft ist gab's im Nachhinein trotzdem noch Punkte haha, das ist nicht mehr möglich so können wir den abschießen da oben ja, ja, ja und schon sind wir weg vom Fenster aber es läuft recht gut es läuft recht gut Gegner, Mannschaft ist schon in Gefahr ähm oh, ich glaub, kann man, kann man auf diese Dächer hochspringen muss ich beim nächsten Anlauf mal, mal testen ich weiß nicht mehr, wer es ist was das für ein YouTuber ist oder YouTuberin wo, äh, wirklich richtig tolle Splatoon-Videos macht äh, und zwar nicht nur Games sondern vor allem solche, solche Tricks also wie zum Beispiel von der, von der Map so runterglitscht haha, und dann irgendwie Farbe irgendwo auf der Straße verteilen kann oder so, oder aufs Dach springen kann von diesem Tutorial, äh, äh, Modus das, 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 das ist immer ziemlich lustig so, Eistee hat uns weggesplattet ich teste das mal kann ich aufs Dach? ja, ich kann aufs Dach und ich kann auch auf die andere Seite springen aber ich glaub, ich könnte da ins Wasser fallen deswegen riskier ich das mal lieber nicht aber, oh, da oben kann man auch noch ein das wär, das wär ein lustiges Easter Egg ein lustiges Gimmick nennt man das Easter Egg oder Gimmick wenn man so, wenn man's schafft so, außerhalb der Map zu sein, dass man da auch was einfärben könnte oder zumindest die Tinte liegen bleiben könnte aber es gibt halt keine Punkte das wär das wär, das wär ziemlich lustig na, was ruggelt da jetzt? ähm, Sniper ja, haben wir ihn erwischt? ja, da haben wir ihn erwischt den Sniper Sniperin, Sniperers ja, Perlmutt Academy so, ich bring mal auf dieses Dach ah, da fahren sogar Autos die Bombe die Bombe landet auf der Straße aber sie verschwindet gleich ja, das sind diese Sicherheitsmaßnahmen wo man ins Blattwild getroffen hat dass man, äh, nur in der Map und innerhalb des Hologieders spielen kann ja wenn man das jetzt was sagt wenn man das jetzt nicht sagt egal so, den splatten wir auch noch weg nee hat uns, wenn es splattet Alice, das war die Rache so, sieben, sechs fünf vier drei, zwei, eins und Ende und wir gucken, wer gewonnen hat oh, das ist eindeutig diese Runde geht an na an Team Blau meine Animation hängt jetzt diese Runde geht an uns coole Posen so muss es sein und wie schon angekündigt werde ich heute das war jetzt die Aufwärmphase mit dem Doppelsplatter werden wir oder werde ich warum spricht man bei Gaming eigentlich immer in der Mehrzahl ähm eine andere Waffe ausprobieren und zwar den na den 3R Schwapper viele sagen es ist ja nur ein Eimer das sieht ja gar nicht cool aus aber doch ich mag den Eimer der Eimer gefällt mir wirklich der gefällt mir wirklich im besten und gut der Doppel der Doppelkleckser der gefällt mir auch ziemlich gut gut so und der Kampf geht los ähm aber so einen Eimer habe ich sogar hier in in echt ja ich kann euch gerne mal wieder meine Splatoon äh Sammlung und äh Merch zeigen kann man da Merch dazu sagen so ähm ja es geht los also wie gesagt das war vorhin war jetzt eine Aufwärmphase jetzt geht es richtig los drei knackige Runden mit dem 3R Schwapper und die Farben ey die Farben sind auch wieder so cool und oh es sieht so gut aus und schön zügig was was mir an dem Schwapper oh was mir an dem Schwapper gut gefällt ist man kann halt wirklich großflächig und weit äh spritzen und wir haben hier schon Feuer frei und wir werden natürlich von unserem Düsenjet runter von Triple K runter gesplattet aber wir haben wenigstens den Kiel mitgenommen mit dem 3R Splasher 3R Schwapper Splasher ja Nachteil ist die Tinde geht schnell leer und äh man muss eben sehr viel schwimmen so und es geht wieder los mit dem Düsenjet oh da fliegen die Tinsukas oder was das ist haben wir jetzt wieder irgendwie gesplattet also wer mich kennt oder wer da kommt ein Hammer Hai ein Hai Hammer äh beziehungsweise wer ähm weiß wie ich spiele weiß dass ich nicht gerade der Master der 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 des Killens bin also ich bin eher ein Einfärber aber jetzt hier mit diesem mit diesem 3R Splasher geht das hier richtig gut Eistee haben wir jetzt auch weggesplattet ähm geht das hier richtig gut das kenne ich so gar nicht ich habe doch schon 3R Splasher äh gespielt äh in Splatoon 2 aber so ja Ziel von diesem diesen Dings ist es ja Gegner zu treffen aber die Gegner treffen mich wie der Triple K durch einen Quad Hopper aber es sieht ziemlich gut aus es sieht ziemlich gut aus ähm ein Pferd ist eigentlich auch geht eigentlich auch ziemlich gut mit dem Schwabber das äh das äh das muss man auch merken es gibt Waffen die sind die sind äh sehr sperrig also ich finde zum Beispiel der Bogen der Bogen sieht ziemlich cool aus und das ist auch eine richtig richtig coole neue Idee für Splatoon aber ich komme mit diesem Bogen einfach nicht klar also Einfärben geht eigentlich gar nicht und ist eigentlich ist eigentlich so ähnlich wie ähm wie Sniper äh das Beste was man damit machen kann ist sich irgendwo zu positionieren und dann ähm versuchen Gegner weg zu splatten während die anderen Einfärben oh da ist ein Sniper der zieht auf uns auf mich ich schweige schon wieder in der Mehrzahl so ja den Kill nehmen wir noch mit da fliegt der Eimer oh oh das könnte knapp werden das könnte knapp werden schnell noch ein bisschen einfärben ein paar Prozente holen das war's oh das wird knapp ja aber geschafft es ist doch noch ein Sieg geworden knapp aber geschafft oh und wer ist denn das Moldy hat eine coole äh erstens eine coole Pose und zweitens die Gummistiefel die brauche ich unbedingt noch die Gummistiefel glaube ich kriegt man beim Salmon Run ne so lange haben wir jetzt eben noch oder habe ich jetzt eben noch meine Flipflops an ich muss unbedingt meine meine Pose äh ändern und zwar dass ich mit der Waffe die Pose mache wenn das übrigens so komisch hin und her springt äh das hat nichts damit zu tun dass ich nicht äh steuern kann oder dass ich das mit Absicht mache sondern weil die Steuern hat das Switch Handheld äh dass die halt schon so langsam ein bisschen nachlässt so Runde 2 auch hier im im Übungsraum im im Warteraum kann man den Düsenjet betreiben sehr schön so Runde 2 welche Map kriegen wir äh ich erkenne es gar nicht die Perlmut Akademie jawoll und es geht gleich los sie haben sie nur geringfügig geändert sehe ich gerade es ist eigentlich dieselbe Map aber können wir mal bei Splatoon 2 auch schon äh auf die Seite da springen und auf die auf die Straße schauen das ist jetzt das ist jetzt gar nicht mehr ist auch egal ähm wir sind bei Splatoon 2 äh 3 und es wird schon Tintenregen äh angewendet und wir ballern bringen wir den da oben noch weg oder den das ist schwierig man muss ich muss da ziehen üben ja üben 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 ähm wer glaubt Splatoon ist ein Spiel das 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 nimmt man in die Hand und dann kann man es gleich haha falsch gedacht das ist auch ein richtiger Sport ja weil Hihammer äh ne kriege ich den nein ich kriege ihn nicht mehr ähm das ist ein richtiger Sport das ist richtig Bewegung das ist richtig da muss man richtig was dafür tun wenn man da richtig gut sein will aber es ist so ähm das ist nur die halbe Mitte von dem Spiel es geht vor allem um Spaß also ich hatte auch schon bei Splatoon rund Autsch Splatoon rund meinen Spaß wo ich absolut schlecht gespielt habe natürlich macht es keinen Spaß wenn man Einfärber ist und am liebsten alles einfärbt und dann wird man es ständig wirklich splattet das ist schon ein bisschen nervig oder wenn Gegner hat wirklich wirklich richtig gut sind und ähm ja aber ähm es ist ja auch es soll es soll ja auch so sein also ich gönne ja auch so Triple K haben wir die haben wir uns jetzt mal gerecht ähm so soll es auch sein es soll doch jeder sein Spaß haben und wer mal gewinnt oder wer mal richtig gut ist meine Güte dann ist es eben so wir sind ja nicht beim Fußball wo man jetzt so sagt so ja wir müssen hier jetzt Weltmeister werden und so ja so ich habe ein Doppelkill geschafft übrigens ähm das ist komisch mit diesem 3R-Schwaber ich kenne mich ja ich kenne mich ja kaum noch so kenne ich das ja gar nicht dass ich so Kills abräume was ist denn da los gut man muss sagen man ist auch immer nur so gut wie das Team gut ist also wenn jemand sagt ich habe ständig gewonnen das ist nicht ganz ahhh ja die Robopombe die Robopombe die folgt uns ins Wasser das ist ja schön ähm sondern man kann ja man hat ja nur etwas äh wenn 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 das Team ja gewinnt man spielt ja nicht alleine so kriege ich den das ist ein Sniper und schon wieder ist die Tinte leer so dann schießen wir mal runter wenn ich ihn treffe äh ich treffe ihn sag mal warum treffe ich ihn nicht ahhh Broms so 3 2 1 die zweite Runde mit dem 3R-Schwaber oh das sieht auch wieder ziemlich knapp aus aber geschafft 42 zu 41 ja und hier ist auch die neue Pose mit der Waffe ziemlich cool also finde ich jedenfalls gut Splatoon ist ein cooles Spiel ja da machen wir uns nichts vor so gehen wir ab in die dritte und letzte Runde oh sogar auf Platz 1 äh das habe ich zu schnell weg ich hätte jetzt gerne noch geguckt wie viel Kills ich abgeräumt habe wer übrigens solche Statistiken nachlesen möchte über sich es gibt ja die Splatoon App äh also die Nintendo App wo man dann seine Splatoon äh Dingens äh Spiel Spielstände und so ähm abrufen kann man kann es auch im Spiel selbst glaube ich irgendwo wenn ihr wollt kann ich ja mal was angeht was es angeht so ein kleines äh Art Tutorial machen ähm was man bei Splatoon so alles beachten muss oder was man da machen muss oder wie oder was es gibt ja es gibt jetzt nicht Tutorials äh auf YouTube aber natürlich brauchen wir hier auch eins wenn wir uns ein bisschen stärker auf Splatoon spezialisieren wollen und ich sag schon wieder wir so dritte und letzte Runde mit dem 3R Schwaber Sieg oder Niederlage und wir spielen diesmal gegen Eistee und los geht's na dann Prost cool 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 jawoll tolle Farbe übrigens gefällt mir ziemlich gut mir gefallen eigentlich fast alle Farben gut ähm und vor allem mit diesem so schön glänzen und glitschen da im Licht und ass es ist einfach fantastisch es ist fantastisch ich spiel's immer wieder gern so aber jetzt nicht quatschen sondern puzzeln oh Shari mit einem düsen Chat mach mal einen Kill ich glaub nicht äh es ist zu schnell Fun ist erledigt oh der Spaß ist vorbei so hier sind noch jede Menge Flächen zum Einfärben und das ist ja das was am meisten Spaß macht aber ich glaub wir kriegen hier uh in der fremden Tinte schwimmen ist nicht so gesund na erwischen wir den erwischen wir den ah das gibt's noch nicht und voll eingeseift von allen Seiten mit einem Klecksdoppler ja die Waffe ist ja ziemlich cool die ist ziemlich cool vor allem ähm die Pose wo man dann mit der Waffe macht ist wirklich richtig richtig cool also es ist allgemein cool oh cool Bombe wenn wir schon bei cool sind die Boja Bomb so wir lassen hier erstmal ein bisschen Farbe regnen ist ja alles gelb senfgelb nennen wir diese Farbton senfgelb weiß gar nicht so Eistee ist erledigt er muss erstmal wieder nachgefüllt werden für die Erfrischungen ja Eistee so ich glaub ich konzentriere mich mich mal noch ein bisschen einzufärben weil wir sind grad oh Splatoon 3 Splatoon 3 ist erledigt oh durchgespielt ganz toll weil ähm ich glaub wir stehen hier richtig auf der Keeper so ich hab Splatoon 3 nochmal erledigt heißen da zwei Leute Splatoon 3 oder hat der jetzt grad ist der jetzt sofort wieder hier respawned das kann sein das ist ja auch etwas was bei Splatoon nicht so gern gesehen wird von Spielern also das ist was als sehr ehrenlos angesehen wird wenn jemand vor dem Spawnpunkt steht und wartet bis jemand respawned und dann drauf splattet aber was soll's es machen auch alle immer bei mir ähm das ist mir so oft passiert dass ich beim beim respawn einfach in den Tod reinspringe weil jemand schon äh wartet oh eine Wolke es regnet ähm weil schon jemand vor meinem Spawnpunkt wartet also dann mach ich das auch ja so die letzten Sekunden 5 4 3 2 1 das war's au 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 mir ist aufgefallen dass meine Win und Lose äh animationen beim ersten Mal gar nicht äh gleich funktionieren sondern beim dritten Mal erst das ist bisschen komisch naja aber egal ich hoffe ihr werdet mir verzeihen ja 2 2 2 2 1 so Leute äh das war's äh 4 Runden gespielt 3 Runden also eigentlich 3 Runden eine Proberunde und 3 richtige Runden mit dem Breiarschwaber es gibt noch was zusätzlich jetzt und zwar habe ich mir überlegt ich will euch heute mal zeigen wie man Fotos macht in Splatville dazu rücke ich mich jetzt mal auf diese Seite damit ihr die Symbole sehen könnt und zwar man muss ähm seht ihr dieses Minus-Symbol ja das muss man drücken wenn die Fotokamera auftaucht und dann kann man hier äh sich positionieren also man kann hoch schwenken Vogelperspektive äh fast Froschperspektive ja das ist ein bisschen wegzoomen hinzoomen ähm und dann äh kann man Fotos machen ähm das ist jetzt äh ja ich versuche jetzt hier mit der Steuerung wieder ein bisschen weil wie gesagt die Steuerung eine leichte Spinneritis hat das wirkt sich eben halt auch auf andere Funktionen und auch auf andere Spiele übrigens äh aus ähm ja toll das ist auch so etwas dass man wenn man eigentlich gerade gar nicht äh kämpft oder splattet dass dann trotzdem äh das Spiel unterbrochen wird weil die Kampfarenen sich geändert haben toll super ähm ja machen wir mal weiter mit dem Tutorial so bleiben wir gerade hier stehen wunderbar eine tolle äh eine tolle Aussicht äh was ich jetzt gerade gesagt habe also man kann dann so hin und her positionieren wenn man sagt so okay das gefällt mir jetzt dann kann man sich entweder selbst fotografieren oder was ich jetzt hier gerne mache äh ist dass man sich mit einem Amiibo zusammen fotografieren kann also wenn man das A auf der rechten Seite sieht Moment ich zeige es euch mal hier ja ähm dann kann man sein Amiibo auf das Gamepad drauf drücken und dann erscheint der bei mir immer zwei drei Versuche ich weiß auch nicht warum aber da ist er wer ihn erkennt das ist ähm das ist Gloves 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 aus den Splatoon Mangas also so sieht er jedenfalls aus und so habe ich ihn auch gestaltet und ja und hier kann man dann äh verschiedene jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen auf die Seite stellen äh hier kann man verschiedene Posen einstellen ich stelle eigentlich immer zuerst die Posen beim Amiibo ein weil dieses äh Fenster wo man die Posen einstellen kann immer mich selbst überdeckt und dann sehe ich mich selbst da gar nicht und ähm diese Posen kann man dann aussuchen und dann einfach ein Foto machen wenn man auf A drückt und wenn man auf Einstellungen drückt dann äh kann man die Posen verändern man kann auch die Ausrüstung verändern also zum Beispiel äh die gespeicherte Ausrüstung von von dem Amiibo äh das ist jetzt hier zum Beispiel mit den mit den Schuhen und ähm das was man jetzt hier sieht mit den Flipflops das ist dann das die Ausrüstung wo ich ihn verpasst habe kann man in ähm ähm sagt man es in Einstellungen in Aussehen und Einstellungen äh wenn man ja äh in diesem Menü ist kann man auch von seinem Amiibo dann die Einstellung verändern äh das Aussehen verändern so wie gesagt ich muss dann immer gucken welche Poser macht mein Amiibo damit ich auch ein Foto machen kann so ich wandere mal wieder auf diese Seite so Gruppenfoto was man leider nicht mehr machen kann jedenfalls habe ich das noch nicht rausgefunden äh ist dass man sich auch in einer Arena fotografieren kann das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen bei Splatoon 2 dann konnte man sich nämlich auch mit der Waffe fotografieren und dann auch die entsprechenden Posen richtig coolen Posen einnehmen und da fotografieren das geht bei Splatoon 3 leider nicht mehr so das war's für heute ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht äh wir sehen uns dann im nächsten Splatoon oh der hat aber ein cooles Outfit ähm im nächsten Splatoon Video wieder es hat mich gefreut bleibt neugierig bleibt spritzig und bis zum nächsten Mal keep supernova over and out